Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder euer Held Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Resident Evil 5 Let's Plays im Koop mit meinem Bruder. Ja! So, wir sind hier in diesen Ruinen stehen geblieben und müssen an dieser komischen Statue jetzt erstmal ziehen. Ja meine Fresse e! Wer baut da? Wer baut denn sowas? Ok wieder aufpassen, ich denke mal jetzt kommen wieder Es sind da oben welche? Ja Lol Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ne Wo kommen die denn her? Hinten? Kommen wir jetzt zurück wieder, oder? Du hast den Granatwerk, verdenkt dran, ne Was soll ich denn mal so ein bisschen? Ja, wenn so mehrere auf einmal kommen Ja, die dicken Sniper den mal da oben runter Irgendwo ist so ein Arschloch Oder kommen die hier rüber? Nicht, dass die hier kommen Ne Hast du? Bis jetzt kommt noch keiner Jetzt aber So, jetzt habe ich mir erst noch so ein Ding da weggeballert Sehr schön Nachladen So, ich bleibe mal hier weiter hier links, damit du besser Ziehen kannst, wenn du Sniperst Da hinten droppen sie auch schon Ja gut, der Granatwerfer ist echt gut Den, denk mal, den werde ich dann Bald wieder ins Inventar legen Warte, da hinten Guck du mal nahe kamen, falls da einer ist Oh, hallo Komm Jetzt erst die Maske weggeballert Jetzt wird er mich aber verarscht So, zack, Kopf weg Drei Schuss So, komm mal ein Stück zurück Ja, genau deswegen So, nehmen wir das Genau, die Pistole Lol Lol, direkt daneben Scheiße So, mach mal den ein Komm Was war das, du Arschloch da Höh, oh Kann man mit seinem Spieß hier Komm mal hier Das ist ja einen Sacker, ey, gleich Das ist mir auch wurscht Brandgranate, nee, den scheiß Uli Kann man hier runter, nee Okay, da kommen die Affen So Ja, aber keiner von diesen Öde, büdüster mit Schlange Fährt's jetzt mal hin Schwengelmänner Ja, die Schwengelboys Die Schlongboys Oh, oh, oh Hilfe Was denn Okay, warte Den So, das war der Double Du musst aber mal ein bisschen warten Bis die Vielleicht günstig stehen Dann kannst du die Doppeltreffen Halt mal die weg Dann kann ich den hier so ein bisschen Lol Die Das war der High Scale Warte mal her Ey, ich hab dich doch getroffen No Okay Bisschen Munition sparen hier Ich hab nix mehr, sehe ich gerade Keine Pistole mehr Mit 13 Schuss Ah, kriegst du den nächsten Was ist denn hier drin? Der geht's gleich weiter, wo? Ach nee, das ist der Eingang gewesen Äh, Granatwerfer wär gut Warum? Warum? Der fette Jungen Scheiße Ups Das hat keiner gesehen Halt dich mal Mach du mal Weck hier Schweinebanden, ey Ich hoffe, wir treffen uns gegenseitig Nee Das ist auch eine gute Taktik Was? Steht der jetzt mal? Komm her Den Messer Ich bin scheißegal So, nachladen Pistole Das ist dein Äh, heilen Hast du noch so So eine? So ein Kraut? Okay, dankeschön Jetzt müssen wir eben gucken Wo sich das hier Äh Achso, warte Nichts Nö, nö, hoho Hier Dann schießt du den mal Ja, erstmal Warte Ja, der fällt hin Dann machst du das Ich geh mal hier weiter hoch Die Treppe hat sich ja hier aufgebaut Ich hoffe, wir kommen jetzt hier irgendwo weiter Oder? Wo bin ich jetzt blöd? Ich glaub, letzteres, oder? Oder müssen wir hier hin? Nee Hä? Jetzt ist der Heddy verliert Wo müssen wir denn jetzt hin? Wahrscheinlich da hinten rum, wo? Warte mal Der Heddy guckt mal hier Ich glaub, hier lang Hm, hm, hm Hab ich ja gesagt, aber du, nein Ja Genau, jetzt geht's nämlich hier runter So Genau, jetzt hier wieder hoch Das ist ja nur Auf und ab So, bevor wir jetzt hier wieder an den Strippen ziehen Gucken wir erstmal mal rechts, links Ohne Du musst sowieso hier stehen bleiben Und ich geh dann da hinten hin oder andersrum Wieso? Was denn, hä? Weil man muss Äh, was ist das? Blenden Was soll ich denn damit? Was machst du denn hier? Brauchst du da Blendengranaten? Nein Ach, hier wolltest du dran ziehen oder was? Hm Ja, wir müssen doch erstmal hier An dem ziehen oder nicht? Ach so Ja Würde ich mal sagen, oder? Äh, ich glaub einer Genau Ach ja, dankeschön Das darf ich hier runter Aber weh, du schreist jetzt die ganze Zeit Da raste ich nämlich aus Ja Was ist denn hier? Hier muss ich mal eben zuschlagen Ich muss mal eben hier loo Ja, ruhe jetzt Okay Ja, was ist denn hier? So Das nervt Lass das mal Böbern So Was? Hier ist es noch eine gute Sache So, was haben wir hier? Eine Mine Ey, wie hier gibt's jetzt nur Minen? Gold Pistole So Genau Da ist schon die andere Niederne Statue Die ich jetzt gleich betätigen muss Am besten jetzt sofort Ja, besser ist das Aber jetzt kommt's auch bei mir hier oben Mach hin Oh, jetzt kommt die Spinnen hier Ja, jetzt Ich seh jetzt, dass ich schnell zu dir komme Ja, besser ist das Weil du sonst verlierst Ja, kannste Ja, sammel da eben noch einen Leckerchen Leckerchen Kaum pumpkern und umdrehen Oh, dieser Scheißviecher, ey Wie werde ich dir denn los? Scheiße Ey, sag mal Oh Gott Oh ja Oh Gott Oh Gott Ich bin auf dem Weg Verdammt ein Drecksviecher Da bist du? Okay Pumpkern ist gleich leer Sag, die Spinne ist mit Danke Weil hier liegt nämlich noch ein Leckerchen Hast du da eins auch eingesammelt? Ja War ein Saphir Tschüss Wo ist das dicke Ding in der Mach mal die kleinen Bastarde kaputt Verschwinde Jetzt du Oh, Munition Ja, der geht mal auf den Sack hier, der Hau, hau, hau Da kommt direkt der nächste Affe hier Höh Ist das die Pistole? Sauber Oh Boah, weg da So Nicht, ach, du sollst Blödes Weib, äh, blöder Sack Blödes Weib, das würde ich schon sagen Komm her Komm her, hier Komm beide hier halt Ja, der stirbt Guck mal hier, der Heddy Äh, ich hab die abgeschossen Nein, nein, nein Der Heddy hat das alles alleine gemacht Okay, Pumpgun ist leer Das ist voll Das ist auch voll Hast du dich hier schon umgesehen? Ne Ja, dann guck mal Um meine Ecken Ähm Wo müssen wir denn jetzt lang? Okay Jetzt gibt's aber, glaube ich, nicht mal viel hier Äh, ne Hä, warte mal Wo müssen wir jetzt lang? Keiner Hier, oder? Leute, Roten Okay, dann vorher noch mal umschauen Ob's hier noch das Leckerchen gibt Ah, warte, warte Gibt's noch hier irgendwas Knuspriges? Was ist denn hier oben? Hier sehen wir gar nichts Okay Dann ziehen wir jetzt die letzte Statue, glaube ich Warte mal, hat's da gerade ge... Doch Ja, weiß ich nicht Oh, ist das Licht Sieh zu hier Ja, endlich Jetzt wird's aber, glaube ich, nochmal... Ja Batman... Batman... Das blöde Kackvieh ist nämlich immer noch da Das hatten wir ja am Ende der Mine besiegt Ist dann mit dem Lastwagen weggefallen Okay, aber ich glaube, wir müssen nur weglaufen Wir bekommen aber bestimmt was, wenn wir den besiegen würden, oder? Interessiert mich jetzt Yes Ja, okay, wir haben eine Mine vorhin gefunden, aber... Ja, weil du hast heute den Granatenwerfer und so Ja, ich will das jetzt aber nicht, oder? Oh, das steht Ein... Oh, Quicklack Hä? WTF? Was hast du gemacht? Du? Ich hab A gedrückt Ach, was will ich denn hier? Komm, weiter Wir haben uns das erst verdient, weil wir das Kapitel abgeschossen haben Ja, das war ja jetzt... Come on! Ach, guck mal Ja, stimmt, hab ich gar nicht eingesammelt Ja, aber wenn wir das jetzt besiegen, haben wir keine Sachen mehr, oder? Weil das... Wow Ja, lauf einfach, ich hab eh nichts mehr so viel Ja, hauen wir jetzt einfach ab wie die Feige Schweine Ja, und diesmal A drücken Ja, ich hab A gedrückt Ja, du bist viel schneller Chris hat so dicker Arsch hier Oh, hier Jetzt schon A drücken Ja, so dumm siehst du auch aus Jetzt reicht's So, jetzt hat's Angst Jetzt ist vorher Schreck gestorben So Ist hier noch irgendwas? Ich fließe Zabbat noch Ja, ist wie du So, weiter jetzt Oh, ich weiß, was gleich noch kommt Die Präparation sind almost complete Dann können wir gehen Good You know, I was surprised Las Plagas was such a success When you first arrived I had my doubts And now Uroboros is complete Your position at Tricell is secured Oh, I have my eyes set on something much bigger You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world I believe I've proven I'm worthy Have you? Perhaps you have It appears your old friend Chris Redfield has come to pay your visit Do I sense concern? The plan is in its final stages I will not tolerate delays A new superior We're creating a new world Genital virus You, we, you I was to become a god That right Is now mine I believe I should thank you, Spencer Oh, I was better Egal, wir haben beide einen Erfolg Sehr schön Ja, aber nur ganz kurz Also ganz minimaler Unterschied Okay, da jetzt das Kapitel sowieso vorbei ist Ich war besser Beenden Maul hier Beenden wir mal eben das Kapitel Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht Dann seid ihr einfach im nächsten Part wieder mit dabei Ich würde mich auf jeden Fall freuen Bis dann Tschüssi Tschüss Ich wünsche dir in euch Ich wünsche euch an